Der Pauli ist aber im Rücken zu fahren. Ja, ja. Schaut zu mir auf, aber kein Grund, ey. Deutsche Straße. Ah, das tut weh. Was ist das Reifen für ihn? Was ist das denn da? Jetzt geh mal, egal, ich muss den Speyer holen. Ich will ein bisschen mehr anziehen. Jetzt? Ich will noch mal die Kupplung drehen. Ich hole den Rücken. Nein, ich auch. Ich hole den Rücken. Leif den Rücken. Klump. Noch 5, mein Rücken. Wir fahren nicht über den Maubau. Ist auch wurscht. Ja, dann. Fall liegen und dann hinten rum raus. Genau, da hinten rum fahren. Nein, wir fahren über den Maubau raus. Ja, okay. Wenn du meinst, kommt der Wenzel.